Bounce Willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir Megatron Hunter Und zwar wieder zu Hunger Shark Evolution und zwar die dritte Folge Aber ich spiel heute mal nicht mit Megalodon, sondern Ähm, ich mein nicht mit Big Daddy, sondern mit Megalodon Okay, aber ich muss bei ihm Nämlich den Hut Weil mit dem Hut Ich hab nicht so viel Geld wie mit dem Hexenhut Schnapp Junior Lid Die Ausdauer für 30 lol Wo ist der Hexenhut? Hä, wo ist der? Hier Nimm ihn Nimm ihn Ich weiß, er sieht bescheuert aus Das ist ihm aber egal, weil wenigstens ich krieg viel Geld Manche Kreaturen erhalten Münzen oder Kreaturen Das sind alles Fischer oder Menschen 8 Stunden muss ich noch warten So So Ham 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 Frank, warum das eigentlich so langsam wird Man sich Und zur Zeitlupe Oh 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 Nein Kaputt Danke durch die Kommission Krautsurfer ich hab 16 Juni um von der anderen ein ausgedrückt Kacke von den Naturfischen sehen Schult eben wenig stand da gerade wirklich eh ne mene kiste ich muss aufhören zu sagen schreibt mal in die kommentare ob ich damit aufhören soll so haben 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 und wieder schildkröten ich fresse alles was ich will nein hier bin ich auch immer geblieben habe ich schon erwähnt dass ich rum also ich meine ich hasse nicht in echten nicht sind die richtig niedlich aber im spiel die weißen sie fest und dann wollen die nicht mehr weg gehen sind richtig hartnäckig ein und eine nennen und und eine nirgendwo Oh, wie ein Golddrosch! Nach unten, nach unten! Oh Gott! Ich bin zu langs... So! Nein! Komm zurück! Okay, das weg. Da habe ich ihn gegessen, egal. An der Stelle, wo ich noch einen Riffhai hatte oder einen Magui, hatte ich hier immer Schwierigkeiten, weil hier immer dieser... dieser... Hammerhai war. Nämlich dann immer getötet. Hammer. Ich finde... Ich weiß... Schreib mit mir in die Kommentare, wie viel ist das Megalodon und die die ausgestorben sind. Also, weil bitte ich glaube ja nicht, dass so was Hässliches existiert hat. Der Megalodon hat 100% existiert, weil es wurde die Skelette, Zähne gefunden, alles. Der war übrigens auch der... Vorfahrer von Weißen. Der war... In echt ist er 16 Meter lang, hier ist er 25 Meter lang im Spiel. Alter, ich geh ab. Hm. Nein, 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 nein! Nein! Oha, die Schickröte ist zu groß... Null! Nein, nein, nein! Oh geil! Überragend! So, ähm... Oh, wieder! Ich krieg immer so schnell jemanden! Ähm... Nein, 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 nein! Nein! Das... Warum sind da zwei Haie drin? Warum sind da zwei Haie drin? Warum sind da zwei Haie bei denen drin? Geh... Danke! Mann! Nein! Na! Na! Nein, nein, nein! Das war doch richtig auf dein Land! Nein! 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 Nein, 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 nein! Ich bin zu jung... Oh Gott, nein! Nein, nein, nein! Ist das ja hier? Ist das? Irgendwo ist das? Was da bleibt bestecken? Lol... Hier... Mit... Mit... Was sind die Big Daddys? In der ersten Folge waren hier mehrere zwei Big Daddys. Nein, nein, nein! Nein! Nein, oh! Oh! Ham. Ham, ham, ham. Ha! Ich finde dieses Hintergrund ist so ebend. Einmal, da habe ich das bemerkt, dass da hinten so Schatten sind, dass da auch Heisen da hatte ich irgendein Hai, und da war da hinten der, ähm, hinten der Schatten von meinem Hai, und der Hai hat irgendwie das gleich gemacht, was ich gemacht habe. Dann dachte ich, das ist mein Schatten. Ich bin hier geblieben, bin ich ja trotzdem noch hochgeschworen. Ist es... ...dehinter? Na? Lol. Äh. Man will... Ja, und davon habe ich alle drei besiegt. Wird der vielleicht mir aber etwas... bezweifle ich. Also, ich werde das Video erst mal für heute stehen lassen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. ... ... ... ...